Herzlich willkommen zu einer weiteren Videobotschaft aus dem Rathaus, Bericht zur Stadtratssitzung. Wir haben ein paar Punkte mit drauf gehabt. Sicherlich die größten Punkte gestern waren die Neukalkulation der Wassergebühren und Abwassergebühren. Beim Wasserpreis werden wir zukünftig bei 2,38 Euro pro Kubikmeter liegen und beim Schmutzwasser bei 4,28 Euro pro Kubikmeter. Das ist eine Nachkalkulation. So kann nachhaltig und vernünftig auch ins Netz investiert werden. Und der Hauptausschlag war natürlich auch, wie bei vielen anderen Dingen, die Energiepreiserhöhung, die hier auch kostendeckend einfließen muss. Ein weiterer Punkt war die Meldung der Städtebaufördermittel. Da haben wir den Planungswettbewerb fürs Grüne Zentrum angemeldet für die kommende Periode und es wird eine überplanmäßige Haushaltsausgabe gegeben bei den städtischen Baufahrzeugen. Auch das wurde einstimmig genehmigt. In diesem Sinne einen schönen Tag. Das war unser kurzer Bericht der Staatsratssitzung. Bei der nächsten Meldung oder Video über über YouTube werden wir schon bei der letzten Sitzung sein und dann wird es auch wieder ein bisschen weihnachtlich. In diesem Sinne bis dahin schöne Zeit. Dankeschön.